hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde world of tanks wir sind heute südküste mit einem auto was wir so glaube ich noch gar nicht haben der lorraine 40t der 9er heavy kann man so sagen der franzosen und gespielt wird das ganze vom donnerhall denn schauen wir mal was er hier so zustande kriegt ist das jetzt ein meter oder nennen ja ich habe keine ahnung stellt sich also hier ein hügel macht er sich gerade sehr beliebt zumindest bei mir ich hasse das auf der karte wenn ihr erst alle hier drin bestehen da geht er erst mal schön auf ok panther 2 ist ein schönes leicht gepanzertes ziel und nicht durch diese mauer schießen und dagegen auch irgendwo anders sind na gut warten was ab ja da regt sich schon einer über die camper auf allerdings finde ich das hier ganz gut verteilt muss ich sagen so donnerhall lädt nach ok also an der kaste wird jetzt richtig druck gemacht und die drei kommen offensichtlich über die nuller linie dann nur sehr langsam vor was zumindest auch klärt ob die lorraine nur ein heavy oder ein mädchen ein deutlich ein mädchen ist ja da so lang fahren so es steht 0 zu 3 und wir nehmen jetzt hoffentlich die t43 aus genau hat noch ein treffer kassiert soll uns wurscht sein ist nicht so dramatisch ok er legt gleich wieder nach obwohl das magazin noch nicht leer war recht sinnvoll wenn man die zeit hat nachzuladen dann ist es auch besser man tut selbiges und nicht wenn es darauf ankommt so das ist immer der fluch des autoladers die ziele gehen erst dann auf wenn man lädt kann man daran ein häuser dazwischen ich würde empfehlen bewegt ich versuche den panther auszunehmen oder kommst du gleich in ans kreuzfeuer das ist eine komische situation gerade was in der mitte genau los ist wissen wir noch nicht steht immer noch eins zu vier bisschen tricky er fährt vor ok das ist schon mal mutig und ausweichen waffenträger das geht schief hast du ein mail der panther ignoriert ihn na grandios genau gleich noch eine war nicht übertreiben ja da kommt der hbc könntest du mit einem clip rausnehmen ja 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 breit numéro 2 schuss reindrücken und ich dann verstecken das ist jetzt natürlich eine sehr ungünstige situation jetzt klemmt er hinter diesem theater fest und sobald er rauskommt kriegt auch eine gut erst mal nachladen sinnvoll er ist der einzige in der mitte der t71 stellt da eigentlich bloß eine alarmanlage da und der rest hockt am strand bzw drückt da massiv über den hügel gerade rüber nur hoffen dass dieser trupp hier den bt so derartig ablenkt von daher eben nicht beschossen wird nutzt jetzt gerade mal wahrscheinlich noch fünfmal durchgeatmet bevor er es gemacht hat nutzt die lücke aus sehr gut einer der wichtigsten gegner schon mal rausgenommen 13 90er sind doch recht garstig so mittlerweile steht 85 also es matcht wurde dann doch erfolgreich gedreht wir bleiben jetzt erst mal eine mitte gelandt schon wieder übrigens keine ap keine apcr mumpeln bei wirklich nur ap und h e wobei das sind ja drei magazine sehe ich das richtig a6 schuss 6 schuss oder 18 genau drei magazine braucht man so viel h also ein clip hätte ich verstanden aber gleich drei also klärt mich auf ich habe keine ahnung von autoladern das ist natürlich da hat er in einem westen gestochen und kriegt auch gleich die quittung einmal reparieren kannst du den raus der ging nicht durch ja wie gesagt in ein westen nest gestochen kriegt jetzt noch eine das könnte die letzte sein ausweichen 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 unter platz da gott sei dank und hat aber noch geschossen und verrissen das war eng meine fresse ach guck mal da hoch ja fang schluss aber anschleichen eben noch den rest geben nein verschwindet er jetzt hier gibt es ja gar nicht abschluss nummer 4 3.988 schaden also muss sagen das macht er gar nicht schlecht ruhig und bedächtig ran schleichen und schön in die flanken einhalten also mit deinem navi musst du noch mal reden du hast ja ein weg finden das ist ja unglaublich so hier ist acht gefundenes fressen von hinten und gekettet da kommt abschluss nummer fünf und htc zeigt uns den hintern na komm jetzt kannst du raus nehmen glückwunsch zum krieger 4344 schaden also nicht schlecht 15 zu 9 dann gewonnen hat hier richtig gerockt das auto auch gemeistert also gar nicht übel ist manchmal gar nicht verkehrt auch mal alleine zu fahren in dem fall durch die mitte hat er am kettkreis dann wirklich den gegner ordentlich aufgescheucht was den anderen die möglichkeit gegeben hat auch selber noch einen vorschuss zu machen also von so her gar nicht so unkleber und wurde auch ordentlich mit schaden und abschüssen belohnt ok dann danke dafür und bis zum nächsten mal tschüss